Hör mir jetzt gut zu. Etwas sehr Schlimmes ist passiert. Erinnerst du dich an Lois Fregoli? Von der Highschool? Ich war in seinem Apartment. Und als ich dort war... Lois? Hälter! Hört mich in Ruhe! Was? Hat er mich angelächelt. Ladies and Gentlemen, Sky Riley. Du bist gerade mitten auf einer großen Welttournee. Alles okay. Ich sehe überall dieses Gesicht. Dieses Ding ist ein Parasit. Du hast einen Tod mit angesehen. Jetzt klammert es sich an dich. Notrufzentrale, was möchten Sie melden? Ich habe die Todesfälle zu dir zurückverfolgt. Niemand hat länger als eine Woche überlebt. Sky, reiß dich zusammen. Nein! Und geh wieder raus. Nein, ich lasse mich zu, dass dieses Ding... ...mich benutzt. Wie halten wir es auf? Zuerst müssen wir dich töten. Was? Wir müssen das beenden. Egal, was passiert. Du hast nicht die Kontrolle! Sondern ich! Ich muss es aufhalten. Aber ich weiß nicht, wie. Ich muss es aufhalten. Drei, ich will nicht die Zeit, aber auch nicht. Ich muss es aufhalten.